Es ist wirklich viel Blumen in der Schilderscheidung. Und die Kassenstaffung. Ja, das ist schön. Und er hat eine sehr schöne Garten. Ich sagte nur zu meinem Mann, er denkt man, es hat einen schönen Garten. Ja, ich denke so. Wir hatten den Kaffee all den Tag, Ron. Bitte, Brunner. Und den Kaffee auf dem Flugzeug... Danke schön, Ron. Crema? Ja, das ist es. Crema, Kaffee Crema. In Amerika haben sie diese Crema. Endlich mal Kaffee. Feinliche Kaffee. Mh. 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 Oh, ja. Es ist ein volles Aroma. Es hat so ein reiches Flasor. Es ist immer so. Ja. Kann ich ein bisschen Crema? Ja, ja. Ich gebe es ein bisschen mehr. Ja. Ich auch. Zwei. Das ist so expensive. I don't know. Das ist so gut. Danke schön. Mh. Mh. Ich möchte ein klein bisschen mehr Kaffee. Genau. Mh. 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 Thanh 저. Semino... Oh... Das ist da. Vielen Dank. Hier ist ein wunderschön, du hast einen sehr schönen Garten. Das ist ein Wunderschön, das ist ein Wunderschön. Das ist ein Wunderschön. Sie haben das Wunderschön in Amerika. Na, Brunhilde, Prost! Ein Wunderschön? Ja, danke für das Wunderschön. Das ist wirklich fantastisch, der Koffi. Das ist ein sehr guter Koffi. Das ist ein sehr guter Koffi. Ja, das ist gut. Danke sehr. Das ist ein sehr guter Koffi. Das ist ein bisschen extra. Ein bisschen mehr. Danke. 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 Das ist schön. Manganese von dem Koffi hier. Du würdest es lieben. Wunderschön. Wunderschön. Ich denke, das ist die beste Koffi ich in meinem Leben habe. Was ist dein Wunderschön? Ja. Ist es ein Wunderschön? Mein Wunderschön ist die Kreme. Die Kreme? Mit einem pinch of Arsene. Arsene? Arsene. Arsene. Arsene,aud. Arsene,aud. Der Weg. Oh, mein Volgende Koffiegasten ist Heide.